There is a word inside of music. Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja meine lieben Konsolenfreunde, meine lieben Playstation 5 Fans, es ist endlich soweit. Die ersten Bilder der Playstation 5 sind veröffentlicht worden und viele fragen sich natürlich, wie wird denn die Playstation 5 aussehen, was wird sie für ein Design haben, wie groß wird sie sein und so weiter und so fort. Und ich habe in diesem Video die Antwort für euch. Ich habe zwei Arten von Bilder für euch. Einmal eine Skizze, die gestern in Anführungszeichen im Umlauf geraten ist. Daraufhin wurde natürlich nachgefragt bei Sony, ob dieses Design und ob diese Playstation 5 das Finale der Design bleibt oder auch wird. Sony hat das Ganze bestätigt und zwar wurde das auch nochmals bestätigt von dem Wild Magazin. Und zwar ist das Wild Magazin das Magazin, was mit Sony zusammenarbeitet und beide haben es bestätigt, dass diese Konsole die Playstation 5 ist. Im Februar 2020 wird sie ja offiziell vorgestellt. Da könnten hier und da noch ein paar Veränderungen vorgenommen werden, aber das wird sich nicht großartig auf das Design auswirken. Ja, ihr seid mit Sicherheit jetzt alle gespannt für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Wie gesagt, das ist vor ein paar Stunden erst online gegangen alles. Einige von euch haben es vielleicht schon gesehen, einige vielleicht noch nicht. Und ich werde euch diese Bilder natürlich nicht vorenthalten. Und ich habe auch ein Bild der Xbox Scarlet für euch, für alle Xbox-Fans. Und da habe ich auch ein finales Design der Xbox, wie sie zu euch nach Hause geliefert wird. Aber dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall zeige ich euch die erste Skizze hier, die im Umlauf geraten ist. Und zwar mache ich mir jetzt nicht die Mühe, einfach alles auszuschneiden. Darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. So, das ist die Skizze, die im Umlauf geraten ist. Daraufhin wurde Sony gefragt, ob das Ganze wahr ist. Und das Wild-Magazin und Sony haben bestätigt, ja, das ist das Finale der Design der PlayStation 5. Ja, dieser Skizze können wir jetzt ein bisschen was entnehmen. Ist auf jeden Fall, wie ich sagen muss, ein Bombengerät. Erinnert mich irgendwie an, ja, wie soll ich sagen, an Nintendo 64-Zeiten, so groß wie das Ding ist. Aber nun gut, ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber ich habe jetzt natürlich auch Digitalfotos für euch von der PlayStation 5. Und zwar, wenn ihr mir das nicht glauben solltet, könnt ihr ja selber bei Google eingeben, PS5. Und ihr habt da schon die ganzen Nachrichten vor 5 Stunden, vor 7 Stunden, vor 8 Stunden, dass das Ganze gepostet worden ist. Und zwar gehen wir jetzt nochmal auf Google Bilder. Und wie gesagt, es ist kein Fake. Es sind ja etliche Konsolen hier gewesen. Zum Beispiel hier, diese hier, das ist alles Fake gewesen. Oder auch, was ganz gerne genommen worden ist, ist das hier. Aber das ist alles Fake gewesen. Und ja, Tatsache ist, dass das hier kein Fake ist. Das hier soll die PlayStation 5 sein. Wie gesagt, wurde vom Wild-Magazin und von Sony bestätigt. Sieht für mich ein bisschen bombastisch aus. Also so ein fettes Gerät. Aber dabei wird es natürlich nicht bleiben. Es wird natürlich noch eine Slim Edition geben und eine Pro Edition. Da bin ich mir eigentlich so ziemlich sicher. Und was mir jetzt aufgefallen ist oder was die PlayStation 5 bekommt, ist ein sogenanntes DEV-Kit. Dieses DEV-Kit sorgt für eine optimale Kühlung. Dafür sorgt diese U-Form hier, die ihr sehen könnt. Diese U-Form hat nicht nur designtechnisch ihren Zweck, sondern auch kühlungstechnisch. Weil die PlayStation 5 muss und soll eine optimale Kühlung haben. Muss sie natürlich auch haben für deren Leistung. Damit die Kühlung gewährleistet wird. Und diese U-Form trägt einen großen Teil dazu bei. So, und was auch gerne zu der PlayStation 5 gesagt wird, jetzt seit ein paar Stunden, ist die Luftbefeuchter-Konsole. Weil sie halt so eine optimale Kühlung besitzt und ziemlich gut gekühlt wird. Halt durch diese U-Form. So, und ich finde das auf jeden Fall... Naja, ich habe mir die PlayStation 5 R, wie gesagt, ein bisschen kleiner vorgestellt. Ein bisschen schmal und mit ganz viel Technik vollgestopft. Aber dass wir hier so ein Bombengerät kriegen, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ist zwar auf jeden Fall ein ziemlich fettes Teil. Ja, und was gibt es noch zu sagen? Schauen wir uns das hier mal an, nochmal. Und zwar können wir an der Front ein bisschen was sehen. Und zwar hier das PS5-Logo. Ist cool. Soll auch so neon leuchten, wie es hier auf einem Bild ist. Dann haben wir... Ja, die PlayStation 5 bekommt ein optisches Laufwerk. Wäre scheiße, wenn nicht. Auf jeden Fall bekommt die PlayStation 5 ein optisches Laufwerk. Das Schöne daran ist, dass dieses optische Laufwerk der PlayStation 5 eine 4K-Wiedergabe wiedergeben kann. Das, was die PS4 Pro machen sollte, was sie ja nicht geschafft hat, kann aber dafür die PlayStation 5. Dann, wenn ich mich nicht täusche, haben wir hier noch auf der anderen Seite, hier auf der rechten Seite, 5 USB 3.0 Ports. Weil die PlayStation 4 jetzt und auch bei der PlayStation 3 war es ja so, dass wir nur 2 USB-Ports hatten, aber allerdings nur 2.0. Und bei der PlayStation 5 haben wir 5 USB-Ports. Und jeder USB-Port hat einen 3.0-Anschluss. Finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Sony hat aber auch gesagt, dass es eventuell sein kann, dass sie noch finale Veränderungen vornehmen an der Konsole, was aber nicht großartig ins Gewicht fällt. So, was haben wir hier noch? Let's Go Digital ist ein Logo. Also ansonsten, wie gesagt, finde ich das Teil ziemlich fett. Und ich meine jetzt nicht wie geil wie fett oder krass wie fett, sondern, ja, sie ist riesig. Sie ist einfach groß. Ich hätte mir, wie gesagt, einfach gewünscht, dass sie ein bisschen schmaler wäre. Weil ich habe immer noch die erste PS4, weil es gibt ja jetzt die PS4 Slim auch, PS4 Pro. Weil die PS4, okay, die PS4 Pro ist ja noch ein bisschen größer als die normale PS4. Aber so eine Art der Standard-PS4 hätte ich mir die Größe gewünscht, wenn nicht noch ein bisschen schmaler. Aber das soll die PlayStation 5 sein. Ich würde dieses Video nicht machen, wenn das Wild Magazin und Sony das Ganze nicht bestätigt hätte. Dann würde ich dieses Video hier gar nicht machen. Auf jeden Fall, was haltet ihr von dieser Konsole, von diesem Design? Das sieht irgendwie aus wie so ein UFO, wie so ein Raumschiff. Aber, nun gut, ist ja auch scheißegal, ich werde es mir trotzdem kaufen am Releasetag. Und, ja, ich habe euch gesagt, ich habe die neue Xbox für euch. Und die Xbox Scarlett wird auf jeden Fall so aussehen. So wird die Xbox Scarlett zu euch nach Hause geliefert. Ja, ihr kriegt das jetzt noch ein bisschen größer. Den Typen könnt ihr dann so in die Ecke stellen. Die Kabel kommen hinten rein. Wo die Kabel genau reinkommen, könnt ihr euch mit Sicherheit denken. Und, ja. Das ist dann das neue Spielerlebnis von Microsoft. Die Xbox Scarlett. Dem Typen könnt ihr allerdings auch euren eigenen Namen geben. Gut, meine lieben Freunde. Was haltet ihr von dem Ganzen? Schreibt mir eure Meinung mal in die Kommentare. Und ich verabschiede mich erstmal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage noch, bleibt gesund, meine lieben Freunde. Bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.